Das ist ein Biergarten und Weingarten. Hier kann man schön sitzen. Es ist beim All-Inklusiv dabei. Wir werden da jetzt auch erstmal ein Bierchen trinken. Das ist halt schön. Man hat halt hier Ultra-All-Inklusiv und kann hier essen und trinken, was man möchte. Abends ab 19 Uhr sind sogar alle Getränke, Cocktails, alles mit dabei. Außer die, die teuren Sachen. Und hier ist eine schöne Bar, da werden wir jetzt erstmal einen schönen Bierchen trinken.